Herzlich Willkommen! Schön, dass du reingestellt hast hier bei der Mittwochsmotivation, hier bei mir, Mr. Godcast 4.0, der Simon.de, wobei Mr. Godcast finde ich richtig cool. Ja, heute das Thema oder kurze Mittwochsmotivation am Bergfesttag oder wie auch immer. Es gibt ja auch Menschen, die müssen am Wochenende arbeiten, die haben dann mittwochs kein Bergfest. Ich habe hier mir was rausgesucht und zwar habe ich es einfach mal genannt, die Seminarfalle. Ich habe sogar schon jemanden, der für dieses Thema auch mit ins Interview kommen möchte, die permanenten Fortbildungen, Ausbildungen, Weiterbildungen. Und ich habe auch ganz viele Fortbildungen vor ein paar Jahren begonnen und gemacht. Da bin ich auch sehr, ja, bin ich auch intensiv gewachsen dran. Das hat mir auch schon viel weitergeholfen. Spannend war da noch, habe ich mich bei einem, bei einer Seminarleitung oder ich nenne es mal Chakaguru angemeldet, der eine ganze Seminarreihe in einer Richtung macht. Die nennt sich dann 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und ja, ganz interessant. Das erste Seminar ging drei Tage. Man hat versucht, im Prinzip an diesen drei Tagen gleich die nächsten Bausteine zu verkaufen, die Menschen auch in so eine gewisse Abhängigkeit reinbekommen. Ich habe es jetzt wieder an anderer Stelle zu spüren bekommen, dass, ja, oben irgendwelche Menschen stehen, die sagen, du musst noch dies und das und jenes machen. Und ja, was ich auch schon mal gesagt habe, ist dieses auch einfach mal rausgehen und machen. Aus dem NLP kenne ich. Das ist eine Grundannahme des NLP. Es gibt kein Scheitern. Es gibt nur Feedback, was ja auch das Motto der Navy Seals ist. Es gibt Momente, da gewinnen wir und es gibt Momente, da lernen wir. Deswegen hier von mir der Tipp. Einfach rausgehen, einfach machen. Und ja, ganz entscheidend ist da einfach, und da habe ich auch schon mal einen Godcast zu gemacht, ist einfach lernen, mit dem Feedback umzugehen. Schau einfach, wer ist da draußen, wer gibt dir Feedback, wer hilft dir weiter, was hilft dir weiter und dann einfach machen. Du brauchst nicht für alles ein Zertifikat. In diesem Sinne, einfach mehr machen, einfach rausgehen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinschauen, wie auch immer, je nachdem, auf welchem Kanal du unterwegs bist. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine schöne Restwoche, wie auch immer. Ja, rausgehen, machen, mit Spaß dabei, wo immer du bist, was immer du machst. Bis dann, danke, tschüss.